Die Rapid-Viertelstunde steht wieder ins Haus am kommenden Freitag um 19.15 Uhr auf W24. Wir haben wieder ganz tolle Themen, unter anderem ein Interview mit unserem neuen Stürmer, mit dem Veton Berischer. Veton, begrüße mal alle Rapid-Fans hier in die Kamera. Liebe Rapid-Fans, ich freue mich sehr, hier zu spielen und das erste Spiel in Salzburg. Das wird was Besonderes, oder? Ja, weil wir gewinnen. So lassen wir das stehen. Und das Rapid endlich ist, damit wir zurückgehen, wo sie zurückgehen. Auf, weg. Prost. Prost.